Liegen wir dann über den Kleid? Ja. Oh, gut schon. Beim Landen, wenn wir stehend landen, müssen wir sie dann schon aufrichten, oder rutschen wir am Hintern rein? Noch mal? Landen wir im Sitzen oder im Stehen? Äh, im Stehen, oder? Dann musst du sie schon aufrichten, schön. Okay. Aha. Und im Wader. Super. Besser als ein Schwartig. Ja. Ich habe ja nicht so hohe Expektive gehabt. Haha. Nichts ist, bitte. Aha. Ja. 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 Hier. Wenn du sie kennengeler hat? Ja. Ja.